Weil es Segen bringt? Ja, stimmt, weil es Segen bringt. Okay, den Zauber konnte ich wenigstens lernen. Das hier ist eine Geschosshaltskette, die braucht man nicht unbedingt. Seltsamer Baum, ja. Allerdings. Ich und Chris lebt ja. Ey, ich stirbt. Auf der Rinde dieses nur alten Baums hat sich dunkelgrüne Schimmel gebildet. Schreckenswölfe und Vampirwölfe. Ich sammle vorsichtig streifende schimmelige Rinde. Ich sollte dieses Heilmittel zu Dusia ins Lager bringen. Okay, der Vampirwolf, der sollte schnell weg. Okay, das sind wieder Wölfe, die man nur durch Säure oder Feuer töten kann. Take it like a chain. Ha! My aim is true. What's up? Absolutely. Gut. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Oh, ein brennendes Skelett. Und Tornen mal heilen. Gut. Ihr braucht nur zu fragen. Ah. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Rückzug, rückzug. Das ist nicht gut. Das kommt außerdem nicht hier rein. Hier sind sie. Gib gleich mal zwei aus. Dir trinkt die schnell. Wie kann ich, wie ihr willst. Okay. Eine Basiliskenklaue. Hm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. A team like this can't be beat. Nochmal Pfeile plus eins. Oh, Edelsteinchen. So, damit wären wir hier durch das Gebiet auch durch. Ging schnell. Dann reisen wir jetzt nächstes gleich zum unterirdischen Fluss und dann zurück ins Koalitionslager. Okay, großes Gebiet. Wie ihr wünscht. Bär. Bär. Eine Falle. Hm? Wollt mich? Ja, dear. Ein sterbender Mykonet. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Die Pilz-Kreatur zittert aus irgendeiner Öffnung ihres Körpers, die ihr nicht sehen könnt. Er entweicht ein langes Rülpsen. Ich kann euch nicht verstehen. Ich kann euch nicht verstehen. Geht das euch gut? Was ist das für ein schrecklicher Gestank? Bei den Göttern hier riecht es schlimmer als im Toilettenhäuschen, in dem Windrups ein Geschäft verrichtet hat. Was ist das für ein glücklicher Geruch seid ihr das? Was ist das für ein glücklicher Geruch? Seid ihr das? Was ist das für ein glücklicher Geruch? Und hungrig. Nein, keine Zeit für Essen. Konzentration. Was macht ihr da mit mir? Das ist eine Falle. Ich muss einen klaren Kopf bewahren. Nehmen wir die zwei. Der Mykonid zittert ein letztes Mal und verendet. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, und was hat ihm das jetzt gebracht? Ah. Mykonid ist da. Der Mykonid lehnt sich mit ruhig nach vorne und atmet aus. Es tut mir leid, ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mich verstehen? Arg, Mark, Pfiff, auch an euch. Droht ihr mir etwa? Ich war an euch. Ich kann mich wehren. Könnt ihr mich verstehen? Der Mykonid kommt näher. Spurenschirn um ihn herum. Ich kann euch immer nicht verstehen. Geht es um diese Leiche? Seid ihr deswegen verärgert? Die Pflanzensprache kann ich zwar nicht verstehen, aber Wut kann ich immer erkennen. So wenn ihr auch seid, wenn ihr nicht verschwindet, werde ich gleich noch wütender. Nehmen wir mal die zwei. Der Mykonid schlankt hin und her, als ob er sich umsehen würde. Er lässt Betrieb die Schultern hängen. Ist das ein Friedhof? Das tut mir leid. Versteht ihr meine Entschuldigung? Ihr lasst eure Toten in alten Ruinen zurück. Das ist ein schlechter Bestattungsbrauch. Tut mir leid, dass ich auf euren Ahnen rumgetrampelt bin. Ich gehe wohin ich will. Jetzt geht mir aus dem Weg. Nehmen wir die zwei. Der Mykonid greift an. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ich habe in den ersten, dass der Mykonid erschlagen. Der Mykonidenturm. Okay. Auch gut. Wer hat die jetzt? Er hier. Hier. So jetzt könnt ihr mal aufhören verwirrt zu sein. Ich werde mich im Hand umdrehen darum kümmern. Diese knurige Schulter ist offenbar der Schlüssel zur Mykonidenproduktion. Okay kann fünf mal verwendet werden. Ja? Wie kann. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Light and Warmth. I'm glad for both. Turmruinen. Okay. Ach und da unten geht es auch noch weiter. Steinkommen. Wenn du dispenkst, das精st nacht. Ich werde mich über die Womitant haben. Sonst schaffst du einen bestimmten Kraft beendet? Haben Sie mit einem Kraft zu machen? Ich habe gesehen, das Kraft. Ich habe es sehr beeinflusst. Ich habe auch verabschiedet den Endless streamen von Chatter, der sich in deinem Haufen drehen, den Keirgän du den Kopf hoch'matst. Ich wollte einfach es fragen. Das ist niedlich Also Nera fängt an Hey Dorn ich wollte euch schon länger etwas fragen Und dann kommt Dorn einfach damit Ich habe die Macht gesehen die ihr in euch tragt Elfin sie ist beeindruckend Und dann nur Nera Halbelfin Dann Dorn darauf Ich habe auch den endlosen Fluss an Geschwätz ertragen der von euren Lippen fließt Eure Gedanken finden bei allem mit denen ihr sprecht nur wenig Anklang und bei mir überhaupt keinen Deswegen solltet ihr mit mir am besten gar nicht erst sprechen Wenn euch euer Leben lieb ist Nera völlig unbeeindruckt Ich wollte nur fragen Dorn darauf Ist euch euer Leben etwas wert Halbelfin Und Nera Ja schon ich gebe zu dass es nicht viel wert ist Aber es ist alles was ich habe Und jetzt zieht ihr euer Schwert Also dann war schön euch Schön mit euch zu reden Obwohl Dorn die ganze Zeit sein Schwert gezogen hat So hier unten ist irgendwie nix Außer Kartenübergang Reflektieren wir mal kurz Ja ruf des Fassadeurs Nera hat ja eigentlich ihren Trank zubereitet Die Healerin Für die habe ich alle Gegenstände Was mit Glint ist Habe ich keine Ahnung Dafür habe ich das Heilmittel Ich muss auch immer noch die Halskette finden Aus Ja Mesinas Amulett Heilen wir nochmal kurz Wie kann ich helfen Wie ihr wünscht So dann gehen wir jetzt mal hier lang Das wäre erstmal die Seite Und wow ist es hier wirklich riesig Mal wieder Oh Da hat wohl ein Reiter gegen einen Speerträger gekämpft Und beide haben sich getötet Wobei da führt eine Blutspur nach Norden Mir gefällt nicht wie diese Spuren aussehen Scheint von einer Großkasse zu stammen Bei einer größeren als ich sie je gesehen habe Gehen wir Oga und Landwien Ja wie ihr wünscht Abbinge am stärksten Ich reiße Bäume mit einer Hand um Ich werde Anführer Chesky so stark wie ihr Abbinge Und hat auch Krips Auch nicht mit Etting Könnt ihr bis zwei zählen Haltet jetzt beide die Klappe Ich werde